Was geht Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Hocus Duck. Falls ihr das Spiel noch nie gesehen habt, das ist ein kleines Rage Game. Im Titel des Namens steht auch Rage with Friends. Man kann es alleine spielen, man kann es auch mit mehreren spielen und ehrlicherweise wird es eigentlich immer nur schwieriger, wenn man es mit mehreren spielt. Wir sind dieser wunderbare Fred Feuerstein Verschnitt mit Glatze und müssen versuchen mit unserem Pogo Stick Hindernisse zu überwinden. Erinnert so ein bisschen an Getting Over It with Bennett Foddy. Falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, das haben wir auch mal in Livestreams gezockt und ein kleiner Rückblick vielleicht. Oh shit, da habt ihr mir aber ein schönes Spiel rausgesucht, muss ich sagen. Leute, das sind wir. Wir sind dieser komische Typ in diesem Suppentopf, in diesem großen Miraculix-Zaubertopf und wir haben hier so einen Hammer. Und mit diesem Scheißhammer bewegen wir uns halt nach vorne. Nein, 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 gar nicht. Was machst du denn, Alter? Nein, 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 bitte nicht. Ihr war gerade so gut, nicht. Nein, 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 nein. Neiiiin! Und wie ihr euch vorstellen könnt wird auch dieses Game, wenn ich schon Getting Over It erwähne, ein bisschen anstrengend werden. Also die erste Session gestern war schon sehr vielversprechend. Ich habe geschätzt eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt mit ein bisschen Einstellungen. Also falls ihr euch das Spiel runterladen wollt, seid herzlich dazu eingeladen, es mit mir zu spielen. Und da habe ich so ein paar Menüs ausgescheiden, dass normalerweise hier oben irgendwie super viel Stuff den eigentlich kein Mensch braucht. Deswegen habe ich das mal für euch deaktiviert, damit ihr das volle Spielerlebnisse miterleben könnt. Und ja, wir probieren das einfach mal, eine schöne Zeit mit diesem Game zu haben und nicht ständig runterzufallen, weil das das Spielerlebnis natürlich dermaßen trübt. Aber an und für sich finde ich das Spiel lustig. Ich hatte auch gestern meine Momente, wo ich mir dachte, nope, nope, das machen wir gleich wieder aus. Und das ist tatsächlich ein gutes Zeichen für so ein Spiel. Es ist spaßig, es ist unterhaltsam und es regt extrem auf. Bisher läuft das ganz gut. Wie gesagt, bis hierhin bin ich auch schon gekommen. Unten könnt ihr eine Erfahrungsleiste sehen, so EXP, die ich schon mal gesammelt habe gestern. Das kam daher, dass ich schon ein paar Meter vorangeschritten war in diesem Game. Oh, nope. Aber ich dachte, ich resette das einfach mal für euch, damit wir von Anfang an dieses wahnsinnig tolle Spiel erleben können. Es gibt die Möglichkeit, seinen Charakter noch ein bisschen zu customisen. Es gibt... Oh Gott, nein, 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 nein. Yes! Es gibt Klamotten, die muss man freischalten, indem man eben Level steigt. Das werde ich natürlich versuchen, hier. Level up. Oh, 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 nein! Ach, come on! Und jetzt versteht ihr, warum das Spiel so Ragey sein kann. Ein Fehler. Und ihr verliert einen guten Schwung Fortschritt. Aber das ist das, was das Spiel ausmacht. Und das ist auch das, was mir bei Getting Over It so gefallen hat. So ein bisschen dieser... Dieses Skill-basis... Ich wollte gerade von Skill reden. Ja, und dann bringe ich sowas. Gut. Also ihr habt schon gemerkt, wenn der Charakter irgendwie auch nur den Boden berührt mit was anderem außer seinem Pogo-Stick oder mit seinem... Ja, doch. Dann verliert er ein bisschen Momentum. Wir haben ein Problem, uns wieder zu fangen und ja, das ist... Was passiert. Wir fallen halt runter. Nein, nein, nein! Ach, komm! Alter! Ich finde es schön, dass er so super coole Moves immer zieht, wenn er seinen Salto gezogen hat. Das hat schon was von so Tony Hawk Pro Skater, aber hier im Pogo-Stick-Format. Bruder! Jo! Und hoch! Uh! Nicer Run! Nicer Run! Und daneben gejumpt, so wie... Und falls ihr es mit Leuten zusammenspielen wollt, ja, das ist möglich. Ihr könnt euch auch tatsächlich zusammenketten lassen mit euren Pogo-Sticks. Dann seid ihr mit Gummibändern zusammengeschnürt, was dazu führt, dass ihr euch gegenseitiges Spiel versaut. Kann aber sehr unterhaltsam sein. Also ich kann mir das echt gut vorstellen. Aber da können auch Freundschaften kaputt gehen. Also Hand aufs Herz, ja. Spielen und Spaß, alles gut, aber wenn man sich gegenseitig das Spiel dann kaputt macht, da kann es Stress geben. Da habe ich auch gestern der Niki schon gezeigt, wie herrlich bescheuert dieses Game ist. Und sie hat gesagt, nie im Leben würde sie es anfassen, weil... Nee, es gibt einfach Dinge, die kann nicht jeder. Und dazu gehört es, sich selber solchen Qualen auszusetzen. Und sorry Leute, aber was anderes ist das nicht. Das ist die absolute Tortur manchmal. Aber es macht Spaß. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es so skillbasiert ist. Ja, genauso wie Getting Over It. Und sowas muss ich einfach spielen, ja. Euch hat es beim letzten Mal auch Spaß gemacht. Wir haben es im Livestream ja gezockt. Also das Getting Over It. Und nachdem wir schon so lange nachdem wir schon so lange nicht so ein ähnliches Spiel gespielt hatten, dachte ich, wäre es doch mal wieder an der Zeit, uns dieser wunderbaren, ja, diesem Genre einfach mal hinzugeben. Bei dem es eigentlich primär darum geht, dem Spieler richtig schön den Tag zu versauen. Kannst du bitte deinen Fettschädel hier durchpressen? Danke, danke, danke Fred. Ich glaube, wir werden ihn Fred nennen, weil dieses Höhepern Höhlenmenschenkostüm erinnert mich so hart an Fred Feuerstein. Ob das beabsichtigt? Junge! Kannst du das bitte unterlassen? Kannst du das bitte unterlassen? Wir wollen hier Progress machen. Okay. Das Schöne ist, sobald ihr levelt, bekommt ihr eben die Möglichkeit, ein paar neue Sachen freizuschalten. Und das sind Klamotten. Klamotten sind in dem Fall unsere polierte Haube. Ich hätte gerne irgendwas anderes. Wir haben hier den Klassiker, eine Narrenkappe. Wir haben den Leitkegel, den fand die Niki sehr lustig. Ein Zylinder für den feinen Herrn, für schöne Ausflüge am Abend. Wir haben den Helm für die Gabelscheuerten unter uns, die ständig gegen die Wand crashen. Wir haben den Emo-Schnitt. Könnte auch dem einen oder anderen gut gefallen. Ich finde tatsächlich auch den Leitkegel ganz lustig. Den Pogestick können wir verändern in eine Zuckerstange. Ein bisschen animiert eben. Wir haben einen Glas-Pogestick. Wenn ich jetzt alles nicht so prickeln, lasse ich mal beim Normalen. Bei den Kleidungen bin ich gerade noch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte zuvor nur das Kleid. Und ich will sehr ungerne Fred in einem Kleid hier rumhüpfen lassen. Deswegen geben wir ihm nur eine Hose. Aber dann kriegt er wenigstens den Hut. Komm. Ein halbnackter Mann mit Hut schaut doch schon mal viel besser aus als dieser Höhlenmensch. Er hat aber überhaupt gar keinen Einfluss auf euer Spielerlebnis, um ehrlich zu sein. Ich hatte am Anfang Angst, dass mit dem Hut, dann würde ich wahrscheinlich eher an irgendwelchen Gegenständen hängenbleiben. Ne, ist nicht. Es ist wirklich nur Optik. Und das schaut dann schon deutlich lustiger aus. Nur will ich nicht in die Falsche. Nein, 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 nein. Oh. Nein, 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 nein. Oh, komm. Nein, 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 nein. Ein bisschen weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Ohne Mist. Ohne Mist. Ihr denkt, ihr schafft gerade was Tolles, Neues. Und dann passiert sowas und du denkst dir, ach, come on. Ne. Das tue ich mir nicht nochmal an. Aber doch. Das ist der Witz an dem Spiel. Ihr müsst halt einfach euren inneren Wut, euren, euren inneren Wut, eure innere Wut müsst ihr bekämpfen und einfach das Spiel auf seine sehr, sehr dumme Art genießen. Und es geht, Leute. Es geht halt echt. Okay, also hier kommen wir jetzt mittlerweile halbwegs entspannt hoch. Ah. Oh. Really nice flip, bruh. Ah. Gut, gut. Okay, wir sind wieder zurück. Es hat ein paar Augenblicke zusätzlich gekostet. Aber jetzt geht's weiter. Hoffentlich. Hoffentlich schaffen wir es jetzt auch, da oben unsere Reise fortzusetzen. mit einem wunderbaren Jump. Jump to Infinity. Na, na, na. Falsches Infinity. Falsches Infinity. Boom. Immer noch falsches Infinity. Oh. Es, es, es hätte. Es hätte so schön werden können. Ich dachte, mit dem Mega Jump können wir hier vielleicht einen geilen Move ziehen. Aber nope. Oh. Warte mal. Ne. Der Zylinder ist zu fein. Sorry. Der Junge ist einfach ein Vollidiot. Der muss die scheiß Narrenkappe tragen. Sorry. Aber geht nicht anders. Also. Unser kleiner Zauberlehrling. Nennen wir ihn Zauberlehrling. Ist es sein kleiner Mowlin? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Level up. Oh, oh, oh. Garderobe. Es gibt was Neues. Emo. Oh. Yes. Ja, mein Strohhut. Oh Gott, Junge. Also wir versuchen ihn dann. Eigentlich müssen wir versuchen, so hässlich wie möglich zu machen. Okay? Ach, ist das nicht ein schönes Mädchen? Schaut sie euch an. Unsere Gerdlinde. Ne, das verstört mich tatsächlich ein bisschen, dieser Anblick. Ah, aber... Oh, nein, 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 nein. Jo. Nein. Oh, oh, oh. Wie kann man sich so freuen, dass man so hart versagt hat gerade? Ja, auch wenn es Spaß macht, auf diesem Pogo-Stick hier rumzujumpen. Nope, so wollte ich das gar nicht. Wie er sich freut. In diesem Scheißkleid. Wir finden uns am Ort des Geschehens zurück, an dem uns der freudige Minus-Kumpel, der alte Rabe, begrüßt. Wobei jetzt hier unsere Frisur auch da so ganz gut dazu passt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Emo, so ein bisschen düster, so ein bisschen... Aber das Kleid fuckt mich gerade trotzdem noch ziemlich hart ab. Nein. Danke. Okay, okay, okay. Oh, no, 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 no. Boom. Uh. Oh, oh, oh. Der hat wehgetan. Der hat super wehgetan. Wir machen hier Chili-Vanilli ganz entspannt, weil es ist nicht viel Platz. Ah. Oh, gut. Glück gehabt. Glück gehabt. Immerhin sind wir nicht ganz runter gedroppt, weil das wäre jetzt mehr als ärgerlich gewesen. Also, flip to infinity. Flip again. Einmal korrigieren. Einmal flippen. Nicht in die Richtung, Junge. Nicht in die Richtung. Okay, 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 okay. Chill, chill, chill. Hup. Boom. Okay. Ha, ha. Ha. Ha, ha. Ich finde schön, wie er Spaß dran hat. Das ist echt geil. Okay, wir machen jetzt einfach... Oh, 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 Rambo, Rambo. Nein, 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 nein. Jo. Jo. Nein. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, ich muss ihm die Klamotte ausziehen. Das Kleid macht mich super aggressiv. Und ich will diesen dummen, dummen, dummen Narrenhut. Keine Ahnung, warum. Das passt so zu seinem super treu dummen Blick einfach. Er hat Spaß in den Backen. Und das ist die Hauptsache. Ja, deswegen will auch ich hier mit euch solche Spiele spielen. Weil das einfach super dumm ist. Also, falls ihr es selber ausprobieren wollt, das Spiel kostet 6, 7 Euro sind es, glaube ich. Probiert es einfach aus. Ja, es wird euch sicherlich Spaß machen. Also, ich finde es herrlich dumm. Und herrlich dumm ist immer gut. Okay. Wir haben es geschafft. Ich muss ehrlicherweise zugeben, hier die Gap hatte ich mir schon angeschaut, dass man hier rüber springen muss. Weil ich schon mal hier war. Bis mein Gameplay meinte. Oder mein Aufnahmeprogramm meinte. Ich kann die Datei nicht verarbeiten. Deswegen sind wir jetzt hier. Und deswegen schaffen wir endlich den Jump und sind einen Schritt weiter. Okay. 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 Das schaut schon mal sehr vielversprechend aus. Oh. Okay, okay, die machen nichts. Okay, die machen... Ich dachte, ich könnte auf den auch noch jumpen. Oh, oh, oh. Okay, okay. Das ging gerade noch gut. Oh, 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 oh. Okay, chill, chill. Nein. Nein. Oh, oh. Oh, eine Schlange. Ride Snake. Don't ride Snake. Ja. Kennt ihr? Kennt ihr? Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Habt ihr es gesehen? Don't ride Snake? Super lustig. Getting over it. Ja. Don't ride Snake. Das wäre jetzt heftig, wenn die das kopiert hätten. Aber es gibt schon irgendwo so... ...nen Hinweis. Ja? Dass die Idee davon kommt. Oh, man. Okay. Let's do this again. Yes. Okay, also wir müssen echt mit vielen, vielen Salto-Einlagen hier arbeiten, um die Hindernisse zu überwinden. Weil wir brauchen mehr Distanz. Oh. Oh, come on. Das Schöne allgemein ist, wenn man ehrlich ist, wie simpel das Spiel auch vom Level-Design gemacht ist. Also, das ist jetzt nicht super aufwendig. Die Ideen, aber mit diesen random Elementen finde ich schön. Oh, no, 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 no. Invertierter Flip. Und jetzt halt. Probieren wir es einfach nochmal. Ne. Oh. Jetzt habe ich meine Höhe verloren, right? Ich darf nichts berühren. Das ist so heftig. Boom. 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 Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Nope. Oh. Level up. Neuer Hut. Der neue Hut ist ein... Ne, Strohhut haben wir schon gehabt. Zuckerstange, Glas, Past, Hose, haben wir schon. Explosion. Achso, Boost-Effekte. Na komm, probieren wir doch die mal aus. Wie die ausschauen. Also, wir hatten jetzt die ganze Zeit die Explosion. Was haben wir jetzt genommen? Feuerwerk oder Herzen? Schauen wir mal. Ah, Feuerwerk. Schaut, 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 schaut nett aus. Wie schauen die Herzen aus? Unser wunderbar romantischer... Oh. Ist das nicht süß? Boom. Ist das nicht Herz allerliebst? Also, die haben sich echt schöne Dinge hier überlegt, muss ich zugeben. Oh, nein. Oh, jetzt muss ich wieder von vorne. Und mit so vielen Herzen am Arsch. Ne, Herzen ist mir ein bisschen zu... Ist mir too much. Ist mir too much. Ah, ich glaube schon am Anfang, als ich noch die ganzen NPCs oder die anderen Spieler sehen konnte, habe ich sowas gesehen wie Laserschwerter oder so Laserbeams. Die überhaupt nicht verstörend waren oder so. Also, die haben mein Gameplay gar nicht beeinflusst. Oh, komm. Gib mir, gib mir Höhe. Gib mir Höhe. Nein. Ja, bald werde ich die Kiddies hier alle beim Namen kennen, wie die alle heißen. Also, Eduard ist hier rechts zu sehen, falls ihr noch nicht kanntet. Eduard und seine Familie. Da ist seine Schwester Dorothea. Und Wilfried. Wilfried ist immer so ein bisschen hinten dran gewesen. Deswegen geht er auch immer am Ende der Familienrunde. Mama ist im Hintergrund. Ein bisschen groß. Vor der hätte ich wahrscheinlich eher Angst, wenn die hier mal auftauchen würde. Aber sonst? Eine nette Familie. Also, muss ich sagen. Muss ich sagen. Eduard, Dorothea. Ganz, ganz nett. Ganz, äh, ganz knuffig. Was aber nicht so ganz knuffig ist, ist, dass der hier so rumspringt wie so ein Vollidiot. Aber, hey, was haben wir erwartet? Äh, um ehrlich zu sein. Nicht mehr und nicht weniger als genau das, was wir heute sehen. Wenn es ein Spiel... Ah, Bounce to Infinity. Kann ich bitte nicht immer in diese Lücke jumpen? Da will kein Mensch hin. Also, falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt und ein paar Vorschläge habt oder Tipps, wie ich mein Gameplay verbessern kann, Oh, 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 oh. Dann lasst es mich gerne wissen. Jeder Vorschlag ist gerne gesehen. Auch weitere Spielvorschläge. Wenn ihr sagt, boah, Maxi, wenn du schon so eine Kacke hier spielst, dann kannst du aber auch das andere Game zocken, was sehr, sehr verstörend ist. Und das versuche ich dann sehr gerne für euch zu machen. Wir wollen ja hier mehrere Games zusammenspielen. Ist das, ist das, ist das? Ha 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 Oh 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 Oh